hallo zusammen und vielen dank fürs einschalten und ja dieses video ist hauptsächlich dir oder euch gewidmet weil ich möchte mich einfach noch mal von ganzem herzen für das entgegengebrachte vertrauen bedanken dass ihr immer fleißig eingeschaltet habt jetzt habe ich eine nachricht bekommen den ton hier aus genau dass in diesem jahr dabei wart und den kanal hier so stark unterstützt habt ich habe das erste mal live gestreamt auf dem kanal und da wird es auch sicherlich noch mehrere von dieserlei arten geben deshalb gerne wenn ihr irgendwelche vorschläge habt von videos die er sehen wird von dingen die euch interessieren dann gern damit ab in die kommentare dann schaue ich mir das gerne an und schaue dass wir das weiter umsetzen können es hat sich ja auch einiges verändert neues studio neues büro es wird auch eine entsprechende office tour im neuen jahr geben es gibt da schon einige spannende projekte die ich da zeigen möchte und ja wir sind jetzt fast bei oder wir sind eigentlich schon mittlerweile bei 8000 abonnenten was ich krass finde und freue mich schon sehr auf den meilenstein die 10.000 dann darf ich auch glaube ich auf youtube so art stories veröffentlichen und ich wünsche euch an dieser stelle vor allem gesundheit in dieser zeit und auch für diejenigen die selbstständig sind oder in entsprechenden firmen also einfach eine stabile auftragslage damit vielleicht zum einen euer arbeitsplatz gesichert ist und zum anderen wenn ihr selbstständig seid die projekte weiterlaufen und nutzt die zeit erholt euch schön in der weihnachtszeit ist natürlich sehr wichtig die mit der familie mit den engsten nächsten zu verbringen und gönnt euch da einfach eine auszeit noch mal vielen vielen dank an alle mitglieder von filmemacher pro der kurs ist dieses jahr so stark gewachsen und auch diese ganzen live die und es und projekte die wir da zusammen machen unheimlich viel spaß gemacht und auch dass ich jetzt bei so vielen jobs die möglichkeit hatte filmemacher pro mitglieder dort mitzunehmen als assistenten für bezahlte jobs unheimlich spaß gemacht also vielen vielen dank und da sind auch nächstes jahr denn entsprechende workshops in person geplant wo wir alle zusammen kommen an entsprechenden szenen bildern und so weiter und so fort arbeiten ja also auch dass sich dieses ganze thema so entwickelt ich sehr sehr happy drüber und wie gesagt bleibt gesund bis zum nächsten mal macht's gut leute ciao